. So, dann geht's gleich auf zum Weihnachtsmall. Siehst du, da vorne sind überwegt. Warum ist genau dort neuer Schalter? Keine Ahnung. Was ist denn auch von Hasso wohl, oder? Ja, aber nicht wie die dann. Vier. Vier oder fünf Minuten. Ich sende mich doch doch wieder an. Hier, bei besetzten Flucherstatt nicht genossen. Weil das dann der Fluchte ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung, das geht so. Ähm, ich will sehen, dass die Fluchte ist. Warte, du bist so schön. Ich bin ein Haul, das ist so schön. Okay. Stimmt. Das ist aber ziemlich unbewegt. So. Aber dafür hast du ja nicht gewusst. Das ist auch schön. Das ist auch schön. Tschüss. 600 Meter 900 Meter 7 Kilometer Schein rechts Also ist die Betrigerung und gerade auf der rechten Seite und gerade 1 Kilometer auf der linken Seite Jetzt Und das wäre für jedenfalls was Strecke Wir gehen jetzt 1,1 Hauptstrecke 1,2 Wanderweg 1,5 1,5 Aber jetzt mal mit einem anderen anstatt mit Stein mit Hektometer 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 Nächste Station, Naumburg, Saale, Ost, Mitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Sehr geehrte Reisende, wir danken Ihnen für die Fahrt mit unseren Zügen und wünschen Ihnen einen angenehmen Tag. Das Nötigste, was du tust, ist beigehalten. Die Sonne ist gar nicht so, wo man es auf geht. Das Ladegleis ist natürlich nicht mehr gleich alt. Und ja, das ist der Bahnhof Naumburg, Ost. Das Ladegleis ist natürlich nicht mehr so, wo man es auf geht. Das Ladegleis ist natürlich nicht mehr so, wo man es auf geht. Das Ladegleis ist natürlich nicht mehr so, wo man es auf geht. Das Ladegleis ist natürlich nicht mehr so, wo man es auf geht. Das Ladegleis ist natürlich nicht mehr so, wo man es auf geht. Das Ladegleis ist natürlich nicht mehr so, wo man es auf geht. Das Ladegleis ist natürlich nicht mehr so, wo man es auf geht. Vielen Dank.